Lieber Christoph, deine Fortbildung war heute Teil des Mittagsteachings bei unseren Assistenten. Wir machen hier eine papierbasierte Lösung. Guck mal, wie wir das machen. Wir nehmen ein Papier, scrollen ein bisschen rum, dass wir richtig sind. Und dann gibt es einfach eine Winkelmessung parallel zum Papier. Und das klappt plus minus immer. Tschüss!